Was haben wir denn noch hier? Was ist das denn hier? Ein Hotelchen? Hi! Ich glaube, ich soll hier noch nicht hin. Like Pokémon, dann kriegst du Taupsi-Macken-Nuggets. Oh Gott. Ja, oder du kannst dir einen Kappador-Burger holen. Hm. Okay, das ist ja ein bisschen weird. Ich bin hier ein bisschen überfordert. Hoppala. Wo wollen wir denn hin? Hi! Hängt dem kleinen Kind der Rotze aus der Nase? Nee, das waren die Zähne. Der war mein. Oh, shoppen! Uh, 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 uh. Puff, erst mal den Fahrrad reinbrettern. Geil. Ja, ich will shoppen. Punkiges weißes Shirt. Das ist doch nicht punkig. Oh lol. Ist auch punkig. Jacka ausziehen. Okay, gucken wir mal. Oh lol, das ist ja wirklich punkig. Nee, weiß. Wobei, weiß ist auch lässig. Guck mal, ist genauso kaputt wie mein Pullover. Der ist so, der ist so gemacht, schau mal. Das ist... Das ist Fashion. Fashion. Fashion, die unförmig aussieht, aber mega bequem ist. Oh, was ist das denn für ein schickes Hemd? Weiß er nicht. So was haben wir hier? Fluffige Jacken. Ich bin mir da nicht so sicher. Irgendwie sind die so ein bisschen komisch. Keine Hosen. Oh, Kleider. Oh mein Gott. Ich bin ja richtig schick. Oh, passend zu meiner Brille. Aber ich hätte ja das Dunkle genommen. Oh mein Gott, ich werde so eine Cybertroller. Oh, wir nehmen das Schwarze. Ja. 52.000! Sehe ich aus, so zähle ich Geld oder was? Haben wir noch? Sneaker. Was riecht denn mit Sneaker an? Ich hätte gerne solche... Oh, guck mal! Da sind die passenden Schuhe zu meinem Dingsbums. Aber die wollen wir nicht anziehen. Ich hätte gerne meine krassen schwarzen Schülchen, bitte. Was sind das denn für Flobos? Nee, danke. Ich hätte gerne solche krassen Trailer. Oh, Rucksäcke. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Ich brauche kein Rucksack. Ja! Ich bin arm, oder? Nee, ich habe noch Geld. Ja, können wir uns leider nicht angucken. Brillen! Nee, 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 nee. Ja, haben schon die beste Brille. Handschüchen. Normalerweise blau, ne? Aber die sehen so witzig aus. Sehen so witzig aus. Ich habe ein cooles Design auf dem Kleid. Ja, finde ich auch. Könnte auch so eine fluffige Jacke dazu haben, aber ich finde das so ein bisschen komisch. Das ist unsere halt einfach cooler, oder? Ja, das ist schon lässig. Oh mein Gott, wir sind die coolste Sau der ganzen Stadt. Warte, gab es nicht irgendwo noch einen Laden? Oh mein Gott, ich sehe so cool aus. Aber es gab doch auch irgendwo... Oh mein Gott, what the fuck? Gab es nicht irgendwo auch andere Schuhe zu kaufen in schwarz? Warte, ich erinnere mich noch. Ich weiß auch, ich hatte nicht genug Geld. Das musste so am Anfang gewesen sein. Hier glaube ich. Gab es hier die neuen Schuhe? Ja, war das sogar hier am Anfang? Nee, ich glaube nicht. Oder hier? Nee, hier. Ihr guckt mal. Wir können jetzt hoffentlich hin und her fliegen. Ansonsten habe ich gleich einen sehr langen Weg wieder vor mir. Wir brauchen neue Schüchen. Wir sind zu reich. Wir brauchen keine Hypertränke oder Pokébälle, sondern nur neue Schüchen. Wiii! Dusch! Was Glück sind die hier. Ja! Ich brauche krasse Schuhe. Oh! Die waren hier wirklich. Ha ha ha! Schwarze Schüchen! Ja! Natürlich will ich die anziehen. Oh mein Gott, ich bin so cool. Ich bin so cool. Ich bin die verkackteste, coolste Sau. In ganz Pokémonia. In ganzen Galera-Regionen. Oh mein Gott! Schaut euch das an! Ey, das könnte ich im echten Leben auch tragen. Ah, das wäre eins zu eins mein Ding. Guck dir das an! Oh mein Gott, ich brauche die Klamotten. Kann man jemand googeln? Hahaha! Was ist das Pokémon Kleid? Diesen Pokémon-Dings von alles gibt? Oder ist das nicht bezahlbar? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich lege jetzt wieder zurück. Wer meint. Ähm, hier bin ich, ne? Nee. Hä, wo bin ich denn hier? Ah, da! So! Ja! Coolste Sau im ganzen Galera! Coolste Sau im ganzen Galera! M-m-m-m-m-m-m-m-m-m! Wiiiiiii! 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 Guten Morgen! Ich hätte das kleine Kind gerne reingestopft. Was? Oh lol! Oh mein Gott! Drachenmeteor! Flörni! 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 Du lernst jetzt, was richtig krass ist! Drachenmeteor! 5 von 5! Alter! Drachenmeteor! Scheiße! Warte, ich muss erst gucken! Warte! Ähm, Pokémon? Nee, hier! Flörni! Die krasseste Attacke lernst du jetzt! Aber ich muss gucken, worin du stark bist! Richtig! Du hast... Angriff und Spontanangriff! Du hast mehr Angriff! Oh shit! Gut, dann macht das mehr Sinn! Okay! Du! Ah, was war ihr? Ähm... Die hier muss ich dann vergessen, ne? Okay! Oh mein Gott! Ey, du bist krass, Mann! Du bist richtig krass, Flörni! Ohhhh... Geil! Hm? Ich würde hier gerne mal angeln! Ich wette, das ist noch historisch wichtig! Nein, ist schwer! Auch nice! So, spät genug, Gute Nacht zusammen! Wiesel, Gute Nacht und schlaf schön! Und rein, was Süßes! Und sag Bescheid, wenn das doch ankommt, okay? Hm... Ja gut, dann mach ich mal die Arena, oder? Wie... WIE! WIE! okay auf dem weg nach wendt oh gott war klar oh man ich habe gerade eine riesen pleite heimgefahren meine strategie gegen gesteins pokémon war wohl doch nicht so ganz das wahre dabei hatte ich sie mir doch eins zu eins von meinem bruder abgeguckt so ein mist hier sind die katastrophäen alle das gegen die ich gerade verloren habe es besser einen guten blick drauf bevor du dich versorgen stellst warte das ding der ist nicht eis sondern gestein oh scheiße gestein und weil gesteinsdut echt ja warte wenn der druck gestein ist muss ich eben noch mal los weil wasser ist sehr stark gegen gestein und ich habe halt echt überhaupt keine gute wasserattacke ich weiß aber das ist hier in dieser naturzone es gibt aber eine naturzone diesen wattverkäufer ich guck mal ob die ne wasser hat es gab doch welche stadt war das noch mal das klaus city das war klaus city da gab es doch so ein dude der schlamm woge giftkampf voll ich erinnere mich da war doch so ein dude der hatte so eine krasse wasserattacke war das in klaus city warte ich guck noch mal ich sehe was ich meine da war so ein dude der war so einem kanalisation dinge da war ganz traurig zwar nicht klaus city oder war das engine city wie so hier ja was war hier guck mal wisst ihr noch was ich meine der dude der war so ganz traurig am wasser und meinte ich habe eine starke attacke für dich und ich meine so nein wenn der eine gute wasserattacke hat ne war das hier weiß es kann nicht mehr es war jeden fall irgendwo ich müsste irgendwo runterlaufen ja aber das war hier aber ich weiß nicht wie man hier hinkommt das hier ne ich bin nicht auf ein u nein hier bin ich falsch hier war das nicht wo bin ich denn hier gelandet ah lol wo bin ich denn hier gelandet also super bälle einmal kurz angeln ach hier bin ich ja bin ich auf jeden fall falsch komme ich denn dahin dann suchen wir noch mal ausführlich würde ich sagen komischer dude der irgendwann wasserstand das hier das kann ich hier zwar nicht hier boah erstmal hier mit dem fahrrad die treppen hoch ne arme sau wo stand der noch mal war das hier gar nicht erinnert ihr euch was ich meine ich glaube das war hier nicht ich erinnere mich nicht mehr also diese stadt ist doch der reinste unverheert überall drehen riesendinger und plattformen die einen rumschleuern aber was aubern wasserattacke ich brauche nur eine wasserattacke naja ich kann ja auch mit flerni das rocken probiere ich mal so aus denn halt ohne wasserattacke ich weiß nicht mehr wo der dude stand und das war doch in claw city ich guck nochmal claw city hier war das glaube ich war das kein wasser wo war das nochmal ich weiß noch wo der stand am wasser ach guck mal hier ist wasser wo war das doch hier irgendwo ging es runter ja hier war das geil ja bitte nein er kann das nicht erlernen oh oh yes das ist einfach nicht wahr oh Tim er kann einfach keine gute wasserattacke ne ich brauche irgendwas krasses mit ihm oder ich sag scheiß drauf ich sag scheiß drauf scheiß drauf wir rocken das jetzt einfach mal so wir haben noch flerni flerni unsere granate die regelt das ich heil mich nochmal flerni du bist jetzt das äpfelchen meines vertrauens ok also fühl dich nicht unter druck gesetzt aber komm mal komm mal komm mal komm mal bug oyi ey wehh ouhh oh da hat es geblinkt helde Okay, seid ihr bereit? Oh Gott, ich sehe cool aus mit diesem Rucksack da. Jaja, sind wir ja schon oben. Darf ja nicht mein cooles, stylisches Outfit tragen, sondern muss dieses blöde, graue Lulu tragen. Let's go, Steine schmellern. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich bin jetzt bereit. Das ist eindeutig Gestein. Das ist doch ein. Nee, das ist eindeutig Gestein. Okay. Was hast du denn da in der Hand? Gewöhnliche Routen? Und dann soll ich dir die Regeln der Renovation... Ja, bitte. Gut, da habe ich ein paar kleine Worte zum Fallgrubendetektor für dich beraten. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Während eine solche Fallgrube plumpst, wird sie zuletzt erreichen, Platz und zurückgemacht. Detektor vibriert Stecke, je nachdem du eine Fallgrube bekommst. Okay. Viel Erfolg. Kannst du mich hören? Versuch, den richtigen Weg zu erspüren. Ja, schon ein Versuch. Wünsche Routen? Psycho-Arena? Könnte auch sein, stimmt. Aber das sieht schon sehr nach Gestein aus mit dem Brocken, oder? Oh nein, ich habe meine Pokémon jetzt nicht gedreht. Oh. Wer? Ach lol, Gestein. Okay, Pflanze und der Dude ist tot. Blödi! Du kleine Apfel-Echse. Zeige! Ich mache den Draco-Meteor. Oh ja, ich will wissen, was der macht. Draco-Meteor! Verfehlt! My time to shine. Glück habe ich das erst danach gelesen, nachdem du deine Attacke verfehlt hast. Okay, Draco-Meteor! Und? Huwa! Buf! Alter! Alter, dieser Attacke hat sich gelohnt. Gott, das war ja mal köstlich. Blödi! Das war gut. Kannst du stolz auf dich sein. Okay. Wie wurde besiegt? Oh nein, ich muss doch ein Münze-Amelett ausrüsten. Dann krieg ich doch das Geld. Aber Geld war ein Schlimmer. Oh, lol! Ah! Okay. Sehr einfach. Sehr lustig. Whee! Whee! Okay. Könnte irgendwie nicht dauern. Ich auch rennen? Uh! So gekriegt. Ah, jetzt gehen die ganzen Fallen auf, wahrscheinlich. Ah! Okay. Genau, weiter so. Atme tief ein, konzentrier dich. Oder ist mir voll egal, ich renne direkt zum Trainer. Oh! Oder ist mir voll egal, ich renne direkt zum Trainer. Whee! Guten Morgen! Guten Morgen! Hi! Nichts geht über Gesteins-Pokémon. Die sind der Knaller. So kommen wir natürlich auch durch einfach alles auslösen. Und das war mein Plan. Ah ja, den Dude kenne ich. Der hat Flerny Boy kaputt gehauen das letzte Mal. Okay, Flerny. Du machst jetzt Gravitation und regelst. Warum ist das nicht effektiv? Ich dachte immer, Pflanze ist stark gegen Gestein. Achso, der Dude ist auch Käfer. Ich erinnere mich. Oh nein, wenn du jetzt eine Käfer attacke. Nein, ich kreuzschere. Nein, das ist stark gegen Pflanze. Kein Problem. Kein Problem. Chill. Chill, 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 chill. Chill. Flerny. Mach keinen Teils. Nicht sterben. Okay. Du musst ein bisschen auf die AP achten. Wir haben nicht so viele Äpfelchen zu werfen, ne? Boah. Nice. Eine starke Wasserattacke. Aqua-Durchstoß ist doch sowas von... Oh. Geil. Bye, bye, Aqua-Knarre. Schön, sie gekannt zu haben, aber sie sind scheiße. Oh, Aqua-Durchstoß. Geil. Nice. Piee, das ist gut piee. Müssen aber mal gucken mit dem Geld, ne? Hm. Haha. Blitz mal zu dem anderen Dude. Nein! Echtlich schneller am Stürzen. Ich will dann nur zu dem Arena leider hier. Äh, dem... Dude hier. Oh, die Böse guckt der. Wissenswer, das für Mac-Fans. Er zieht sich super an und sieht einfach klasse aus. Oh ja, das fahre ich über mich auch ständig. Gott, wie sieht der denn aus? Olli molli. Oh nein, das ist Feuer. Oh, die müssen nicht sowas von austauschen, Fernie. Sonst sieht es gar nicht gut aus für dich. Lani, wir müssen dich austauschen. Er wird auf Team überall. Handsteine. Okay, machen wir dann mal Aqua-Durchstoß. Neue Attacke. Dutsch. Oh. So, das sieht episch aus. Und der Waggon ist kaputt. Bye-bye. Au. Brenne ich. Was macht denn Feuer in der Gestein, Serena? Der ist Gesteinfeuer. Oder ist der nur Feuer? Scam. Ich glaube. Er ist nicht nur stylisch, sondern auch charmant. Ja. Okay. Er ist immer tot. Nein! Überzeugt ist er auch von sich. Was? Klar, dass man auch so rumlaufen muss. Nein! Ach, hey. Ja, so hier außen rum. Oh. Okay. Naja, irgendwann kommt man irgendwann an. So. 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 Geschafft. Nice. Oh mein Gott. Ja, gut. Wir sind überall frei. Oh je. Oh je. Ist okay. Ja, Mann. Also, ich könnte es theoretisch richtig machen. Ah, guck mal. Irgendein Kampf. Hä? Was ist denn hier? Ich würde gehen kämpfen. Wo ist denn einer? Hier. Hi. Ich sehe dich, Jorena. Leider. Ist schön. Ich glaube, wie die guckt. Mogelbaum. Der ist komplett Gestein. Der kann zur Pflanze machen. Los, Flanny Boy. Du schaffst das. Okay. Äpfelchen. Schmeiß das Äpfelchen. Looch. Boom. Oh, das war eine Kopfnuss. Oh, der lebt noch. 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 Warte, dann machen wir jetzt irgendwie so ein kleiner... Au. Au. Du kannst nicht mehr fliehen, Flanny. Diesmal nicht. Aber es ist nice. Guck mal, jetzt kriegst du ein bisschen Leben. Ich würde dich eigentlich gerne mal Lieder maximieren. Gucken, wie das ist. Rachenstoß manchmal eben. Wie hat verfehlt. Die Steinhage. Aua, aua, aua. Nein, nein, nein. Oh, das sieht schlecht aus. Au. Ich vermisse die Egosamen gerade hart. Na ja, dann halt noch mal Gravitatio. Gut. Lups. Perfekt. Oh, Level 50 bist du Flanny. Okay. Irgendwann sieht es echt gut aus hier. Aber du hast nicht mehr viel AP, kann das sein? Ich schau mal eben. Beudel. Ah, nee. Pokémon. Erstmal heilen. Wir haben ja genug Übertränke. Wozu der Geiz? Dann können wir ja auch hier ein Feuerheiler geben. Nice. Okay. Aber ich wollte gerade gucken. Bricht. Du hast noch sechs von zehn. Okay. Oh je. Erstmal die Falle knallen. Okay. Okay. Man lernt durch seine Fehler. Äh. Ist einfach alles ne Falle. Was zur Hölle? Man lernt auch seinen Fehlern. Bibi, bibi, bibi. Man lernt auch seinen Stürzen eher. Oh nein. Ich lerne aus meinen Stürzen. Nein. Hätte weiter links gehen müssen. Rechts meinte ich. Nee, links. War schon richtig. Hier bin ich langgelaufen. Dann hier so. Nein. Verdammt. Hier. 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 Hier, hier. Hier, 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 hier. Er kommt irgendwie nachvoll drauf. Nein. Das ist ja gar nichts richtig. immer ganz längs lang laufen die ganze zeit irgendwann schaffe ich ich habe angst in der arena leider verpasst zu haben das war so klar habe ich hier in arena du verpasst nein durch 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 ach oje was für lustige leute habe ich den schütter jetzt hinter mir das war fabelhaft los arena challenger betritt den kampfplatz ok jetzt geht's los ok los geht's los geht's crazy shit crazy shit crazy shit ich will dich mal verwandelt sehen ach dieser dude ist das oh leuchte schwören können der ist feuer ich bin mac tut mir echt leid aber ich werde diesen kampf rigoros dafür nutzen dem publikum die unübertreffliche kraft meiner pokémon zu zeigen kommt ein wenig hinter uns challenger ich war mir so sicher der ersten donna donna boy ok mac arena der mac voller dich heraus tanatora lol der krallenpudding hat eine weiterentwicklung ist nicht wahr und es ist eine noch lustigere krallenpudding entwicklung als vorher ist ja witzig ey lol potrot potrot uh das ist gestein äh nehmen wir mal primiwad potrot ist das pokémon mit der stärksten verteidigung ich das mit ihm im kopf hat aber mach immer guck mal wie der kämpft mit seinem brudy voran kann ich auch es ist nicht so erfüllt wie ich dachte da kann man nicht kämpfen da das 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 ist nichts für mich so kann ich nicht kämpfen ich glaube jetzt ist was gebrochen Da 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 Was so fucking what the f- Ja gut Das ist ja witzig Das ist ja richtig witzig Ich hoffe nicht, dass das ein Käferdut ist Das hat weh Was ist das für ein lustiger Boy Nicht Felsgrab Aua 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 Keine Sorge, hat nicht weh getan Wir haben nicht mehr viel Gravitation Ist das Problem Ich lag also Gleich nur noch zwei Attacken Könnte böse sein Erinnert mich an diese Dinger von Thron Das sind diese Torbogen gewesen Weißt du noch, wo ich das Rätsel hatte? Da gab es auch diese Dinger mit diesen Zeichen dran Oh, der Arme fällt um Das sah schon witzig aus Okay, jetzt kommt, glaube ich, das krasseste Pokémon von ihm Oh, komm, heilig Brauch'n AP Brauch'n AP Angenommen, ich stehe da Max mir Ich hab halt Angst, dass da dann keiner Monte Cabo Was ist Monte Cabo für ein Lut? Ich kämpfe weiter Nice Ich hätte auch jetzt gerne so einen Ventilator, denn meine Haare so schön fächelt Oh nein Das ist schlecht Scheiße, der ist Feuer Was mache ich? Ich wollte dich eigentlich entwickeln Scheiße, Flörny Ich muss dich austauschen Aber du bist sonst tot I'm sorry Oh, ganz ehrlich Warum ist der Feuer? Und Gestein Oh, Mann Oh, ich wollte dich entwickeln Ich wollte dich Dynamax-imieren Oh, das ist voll ein Der letzte Gigantischen Fels Hier, Giga Dynamax Oh je Oh, ist der für ein krass'n Klunker Um den Hals Hängen hat Heil Heil Guten Morgen Das ist ein Ofen Hühnerbrand Macht mir aber nicht so viel Timmy Boy ist robust Boah, das macht mir ja gar keinen Schaden Sonnenlicht wird stärker Pass mal auf Kampf Dynamax Dünner Flut Da musst du brei So Abracadabra Bitch Wuhu Turtle Attack Wuhu Bada Bada Hi Da bin ich Mir kann ich helfen Grapa das Das war schon eine richtig Pissige Schildkröte Hühnerflut 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 Fällt gerade auf Ich hätte schwören können, dass Timmy Boy nicht dieses Mischel-Dingsbums trägt, weil man dieses Gold-Amulett, dass ich mehr Geld kriege. Ich kann wundern, dass ich nicht so viel Geld hier bekommen habe, aber ich habe Angst so, ach du karschen gerade. Ist das mit dem Dynamax eigentlich neuer Spiel? Ja. Wieso? Das kannte ich vorher nicht. Das bin ja auch so Digimon, ne? Bye bye! Nice, habe ich gegen ihn gewonnen. Achso, warte. Haha, gegen den gewonnen. Easy going. Oh nice, 50 Sturzflurr. Ah, macht er den Sturzflurr? Ah, macht er den Sturzflurr? Ah, ja perfekt. Da. Hühnerflut Hühnerflut Ich will mich einfach in einem Loch verkriechen, wobei man in den Löchern hier recht tief fällt. Du gewinnt 6720. Guck da da. Oh yeah. Tja. Lalalalosa. Jetzt bin ich buff. Aber ich muss die Realität ins Auge sehen. Lass mich besiegt. Hier. Decksteinsordn. Da. Bitte sehr. Das ist ja ein Riesenhand, der hat. Wuhu. Oh, schauen wir noch. Eins, zwei, drei Dinger, ne? Du könntest jetzt alle Pokémon einschließen, wenn wir 50 fangen. Mach dir keine Gedanken um. Ich muss einfach mehr trainieren, das alles. Okay. Level 50. Dankeschön. Pelskrat. Nice. Easy going. Nice. Ich bin krass. Pelskratz. 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 Vielen Dank.